So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play, der Binding of Isaac Rebirth von der DLC Afterbirth. Ich bin zwar der Euroboom36 und wir versuchen immer noch dreimal die Hölle zu schaffen. Juhu! Es dauert halt immer so lange. Toxigam-Blood ist auch so ein Scheiß. Naja, dann rennen wir einfach mal über den... Dings da, über den Stachlauf da. So, nochmal. Was ist da drin? Äh. I found pills. Yay, I found pills. Was ist das? DMG up. Hm. Nicht schlecht. Bugs of dice. Was ist das? Die niveau ist tatsächlich wichtig. Ich hab mir wieder kleine Popper. Was ist das? In der Hauptstadt hat mir wieder eine Popper kommt. Wo ist das? Da hat er so gute Haut. So ist es irgendwie inzwischen drinnen war, die irgendwie, aber es ist nicht komplett still. Oh, Geusty ist doch jetzt lange mit dir. Ah, hier ist es. Mann, Trigger. Au. Geusty, Geusty. Geusty, Geusty. Na ja, hat sich nicht wirklich gelohnt, aber hey. Ab ins Loch mit uns. Nächster Brot. Jetzt weißt du nicht, wie viele Herzen ich hab. Toll. Ich hab mal gar nicht viel. So, erstmal Scheißhautaktipp machen. Geile Scheißchen. Ähm. Bombe. Okay. Na, Hilfe, 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 Hilfe. Schlüssel wäre mir lieber gewesen. Warte mal, der sieht doch andersfarbig aus. Wo ist das? Wo ist das doch? Mann, die Güte. Was ist das? Ja. 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 Fort. Ach. Ach. Attach ist das... Ach. Attach ist das... Wie... ...stoh ... ... notifications... ...tycznie. Mensch, das lebe, jäi Für unten ist sogar der Geheimgang, wo ich gehofft habe. Okay. Ah, Spinnen! Bububon Coin, bitte nicht. Meine Münzen. Gut, dann wird nicht. Darf ich mir die Münzen da rein? Okay, der ist wieder kaputt. Toll. Wie schnell dir mal kaputt gehen, ey. Wahnsinn. So, warte mal. Ist das überhaupt Bububon Coin? Ja, das ist der Bub. Das ist schon der. Den will ich nicht. So, jetzt müsst ihr noch raten, wo der andere Geheimgang ist. Der ist wahrscheinlich da oben. Nein? Dann ist er vielleicht hier. Na, wir sind ja im Bereich Nummer 2. Ja, der ist hier. Okay. Okay, ich bin voll. Cool. Okay. 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 Oh, okay. Na, na. Würdest du bitte sterben gehen? ... POL protozo schlafen ... ok, doof. Wirklichwashboards ... Meine Güte Toll, das hältst du dann voll falsch Okay, den habe ich auch noch nie Ach, der schießt auch, okay, cool Au Ach, wir sterben Dankeschön Es ist ein bisschen verwirrend, dass ich rot und blau schieße Kann ich einfach bei einer Farbe bleiben Warte mal, hier könnte der Geheingang sein Nein Au Falls ich dann auch noch mal Wandsch bin So großer Raum ist nicht unsinnig für Wandsch bin, aber okay Gibt es hier vielleicht einen Geheimgang Aua Dann hole ich mir mal das Herz da unten Na, 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 letzter Münze, okay 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 Wo könnte jetzt der Geheingang sein? Hier nicht Aber er könnte hier oben sein Da ist er nicht Dann könnte er vielleicht hier sein Da ist er auch nicht Dann ist er vielleicht Hier Nein Boah, keine Ahnung Gut Auf zum Boss Das ist viel Ich mag viel Boah rein Aber cellen Eigentlich Was hat man Geh Real Sehr liebenswürdig von dir piep! Okay. Ab ins Loch. Da haben wir noch Zeit. Cool. Oh. Jetzt nochmal aufwärts verschießen. So, ich muss wiederholen. Oh. Au. Schlüssel. Okay. Ich frage mich, ob hier ein Geheimnis ist. Nein. Und dann eben nicht. Okay. Mann. Oh. Was sind hier los? Ich spiele dich gerade so schlecht. Meine Güte. Ist hier vielleicht ein Geheimgang? Nein. 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 So. Schafft. Super. Pläne Mäuser. Okay. Ein Schlüssel. Lost Protector. Das macht der aus. Okay. Okay. Na. 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 Das haben wir immer noch nicht. Nein. Ich renne das nicht nochmal durch. Oder? Komm. Nee. Schon wurscht. Oh nein. 999 Kies ist da oben. Wir haben keine Bomben mehr. Hilfe! Mecca, alles okay. Ich könnte aber gleich tot sein. Okay, ich bin tot. Gut, dann versuchen müssen wir noch einmal im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao!